Plants vs Zombies Hallihallo und da bin ich auch wieder voller Elan in einer neuen Runde Plants vs Zombies Ja, ist schon ne Weile her, dass ich gespielt hatte Hatte ich ja im Raum in einem So, jetzt muss erstmal wieder ordentlich die Zunge ausgeschüttelt werden Blablabla So, jetzt passt's Ja, also das hatte ich ja schon in einem Infovideo gesagt, dass ich bedingt durch meinen 25. Geburtstag da keine Zeit hatte mir nicht die Zeit genommen, nicht die Zeit gefunden, da neue Folgen zu produzieren Und ja, deswegen musste ich jetzt ein paar Tage aussetzen Ich hoffe, das macht nix Auch mit dem 200er Special wird dann alles in meinem Podcast auf den ich mich sehr freue der dann ab dem 5.5. läuft Na gut, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin, aber ich geh natürlich erst mal in den Zen-Garten Und ich geh mal in den Laden will ich mir Was will ich mir? Ich will mir bestimmt die Dinger hier irgendwie holen, ne? Ich hol mir erst mal den hier Ach ne, ich wollte mir hier den extra Platz holen Genau 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 Sag doch was, Leute Na kommt, hab Durst Hab Durst Und dann hol ich mir halt die anderen Gärten um die dann umzutopfen So Was war hier bei den Minispielen Ach ja, die wollte ich später machen Die Rätsel Ach, haben wir diese dämlichen Wasen Na, machen wir erstmal hier bei den Wasen weiter Da fangen wir mal von vorne an So Du ballerst den mal ab Super Na los, baller ihn ab Klasse Kommen wir hier noch einen So Kommen wir langsam voran Blöd Und Das wär halt gut, wenn ich das dann ausgraben könnte und den woanders hinsetzen Wenn ich den dann hier nicht mehr brauche So Dann setzen wir den jetzt hier hin Und dann kannst du hier weiter Ballern Oh, hier brauchen wir so einen Und den werden wir mal hier hin Befördern Der wird Das ist gut Der wird von der Gabel dann umgehauen Das passt schon mal Boom Super Ach, hier haben wir noch Sollen Ach, nein Mist Verdammte Kacke Das war ja jetzt gerade totaler Mist Das lief bis jetzt eben gerade so gut Was will ich denn mit diesen dämlichen Magnetpilzen Ach, also gerade habe ich irgendwie überhaupt keine Taktik drinnen Hätte ich vielleicht einen Hypnosepilz nehmen sollen Na egal So, das sieht schon mal sehr gut aus So, der wird jetzt von allesamt Super Und dann ziehen wir hier mal noch den Helm weg Und hier machen wir noch den Oh Oh Macht er jetzt beide platt? Juhu Super Super Na das wird ja vielleicht was Dieses Mal Super Na das wird auch richtig gut Haben wir hier auch geschafft Jippie jee Wow, das war Na, manchmal stelle ich mich auch extrem dämlich an Trophäe, du hast ein neues Wasenbrecher Level freigeschaltet Ich mag hier eigentlich nicht die wasenbrecher Level Ich mag hier eigentlich nicht die wasenbrecher Level Ich mag hier eigentlich nicht die wasenbrecher Level Hmm Wut zwar nicht viel helfen aber vielleicht ein bisschen Ich mag hier nicht hin Ach, nein Verdammter 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 Mist So Okay Na komm Ich geh hier Super Und geschafft Ah, noch weiter Trippinator Oh Wir brauchen mal unbedingt noch ne Walnuss Super Ja Falls sie sich hier durchfuttern Ha, und geschafft ne, das war jetzt einfach Und das nächste wasenbrecher Level freigeschaltet Hokus pokus Na mal schauen Oh Mm 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 Ahhhhhhh Nein Den finde ich gerade nicht so schön, das Level. Und jetzt bloß bei dem hier oben wird es etwas kompliziert, da könnte ich es leider durchschaffen, verdammt, obwohl der wird ja, ach Mist, nein, das war's, Mist. Das war's, Mist, nein, das war's, Mist. Das läuft bis jetzt eigentlich sehr gut. Okay, der eine hat mit der da zu tun, super. Okay. Hm, Mist, der schafft's durch. Gut, super. Okay. So, das dürfte hoffentlich schaffbar sein und machbar sein. Und der, 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 jetzt wollte ich gerade eine Hand drauf zeigen, geht das vielleicht, der hat ja schon sein Bein verloren, super. Ja, das sieht super aus. Yeah, yippie, y, ist es geschafft. Und wieder, gell, die Trophäne, ich komm' den nächsten Platz immer näher. Aber, yippie, du hast noch ein neues Wasenbrecher gewesen. Mehr Verkettung. Oh. Oh. Äh. Äh. Ach du Schande. Gut. Ich weiß nicht, inwieweit das reicht. Und der dann... Und der dann... Ah, okay. Ist abgeschossen worden, super. Oh, der dürfte auch erledigt sein. Hoffen wir es mal. Aber es sieht gut aus. Jawoll. Und den... Lass ich dann einfach mal hier hinlegen. 她 immer noch an. Entschuldigung ja. Ich dachte mir vau house 57cm das im Hel samband. Dass die. So gesehen. Tppers commencer! Kuuss! igs! Ja, versuche ich fasticex4. Boat th clever. Tier. So, das wäre dann auch erledigt, das Level. Puh, also die Wanne, entweder habe ich so neun starken Elan, yippie, es geht weiter, juhu. Oder die sind halt wirklich sehr einfach, die Level, kann natürlich auch sein. Noch ein Holz-Vasenbrecher-Level. Ace of Faith. Oh, 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 oh. Nee, das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Eine Mini-Bomber.